Ja Hallöchen, hoffe euch geht es genauso gut wie mir. Im Moment gerade minus 15 Grad. Ein bisschen frisch, das muss ich schon sagen, aber es ist weiter nicht tragisch, denn ich gehe jetzt ja auch gleich zur Tea Time und dann passt es. Ja, was macht ihr Schönes? Was tut ihr? Was bringt euch weiter in eurem Leben? Wo holt ihr eure tägliche Inspiration? Alles Dinge, die euch weiterbringen, Dinge, die einfach wichtig sind, denn wenn wir uns nicht die tägliche Inspiration holen, dann haben wir, ja dann bleiben wir einfach in unserer alten Welt stehen und das ist wirklich sehr, 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 sehr schade. Also hier müssen wir echt aufpassen, dass wir dagegen steuern. Ich habe mich dazu entschieden, einmal die Woche Newsletter zu schreiben, um euch Lifestyle rüberzubringen, Erfolgsmechanismen, Events, Magic Moments und einfach viele, viele wertvolle Tipps. Darum lade ich euch herzlichst ein, tragt euch ein. Unten steht der Link, ist auch ganz einfach sich zu merken, www.kramery-newsletter.de. So seid ihr immer auf dem Laufenden. Ich habe für das Pferderennen in St. Moritz, was jetzt im Februar stattfindet, das ist ein super Event, das ist ein absoluter Magic Moment, da habe ich für euch etwas ganz, ganz Tolles, etwas Sensationelles und jedermann, absolut jeder kann sich das leisten. Das bekommt ihr die Infos im nächsten Newsletter, was nächste Woche rausgeht. Also jetzt gleich anmelden und nächste Woche bekommt ihr die News, damit ihr mit mir zusammen diese wunderschöne Landschaft hier in St. Moritz genießen könnt und lasst uns zusammen aufs Pferderennen gehen und lasst uns einfach viel, viel Spaß haben. Das ist wichtig, gönnt ihr das. Okay, jetzt geht es aber ganz, ganz schnell zur Tea Time. Ich wünsche euch alles Liebe, macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss, bye, bye, ihr euer Ernst Kramery. Tschüss.